Die Bilanz spricht eindeutig für Hansa Rostock. Bei allen drei bisherigen Aufeinandertreffen mit dem VfB Stuttgart gingen die Rostocker als Sieger vom Platz. VfB Stuttgart bei Hansa Rostock wann und wo findet die Partie statt? Der VfB Stuttgart gastiert am heutigen Samstag, den 18. August um 20.45 Uhr bei Hansa Rostock. Ausgetragen wird die Partie im Ostseestadion, das insgesamt 25.000 Zuschauern Platz bietet. VfB Stuttgart bei Hansa Rostock heute live im TV und Livestream einzig die Begegnung zwischen Fürth und dem BVB ist live im FreeTV zu sehen. Das Spiel von Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart überträgt der Pay-TV-Sender Sky. Rostock gegen Stuttgart können die Kunden entweder als Einzelspiel auf Sky Sport 5 oder in der Konferenz auf Sky Sport einen verfolgen. Die Vorberichterstattung startet ab 20.35 Uhr. Michael Born, Einzelspiel, und Sascha Rose Konferenz werden das Spiel begleiten. VfB Rostock im Livestream, neben der TV-Übertragung bietet Sky auch seinen gewohnten Livestream an. Auf Sky Go können die Kunden das Match ebenfalls verfolgen. Stuttgart, Rostock, die Highlights darüber hinaus zeigt das ZDF im aktuellen Sportstudio sowie Sky in der Sendung alle Spiele, alle Tore, ab 22.45 Uhr eine Highlight-Zusammenfassung des Spiels. Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart im Livestream für alle, die das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen können, bieten wir einen Livestream an. Mit diesem verpasst ihr ebenfalls nichts. Hansa vor Stuttgart, Trainer Pavel Dotschef baut auf eigene Fans. Hansa Rostocks Trainer Pavel Dotschef schob erwartungsgemäß dem VfB Stuttgart die Favoritenrolle zu, macht sich jedoch Hoffnungen auf einen Coup gegen den Bundesligisten. Dabei baut er auf die eigenen Fans im Ostseestadion, wir sind nicht chancenlos. Uns erwartet eine fantastische Kulisse im Ostseestadion, unsere Fans werden uns nach vorne peitschen, der Eklat aus dem Vorjahr soll sich dabei aber verständlicherweise nicht wiederholen. In der Partie gegen die Hertha zündeten Rostocker Ultras eine Kurvenfahne der Berliner an und brannten Pyrotechnik ab. Das Spiel musste für 17 Minuten unterbrochen werden und die Hansa bekam eine empfindliche Strafe aufgebrummt. Raketen und Pyrotechnik in Rostock Das Machwerk von Idioten rund 75 Minuten blieb es beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC friedlich. Dann sorgten Chaoten für eine längere Spielunterbrechung als Reaktion auf ein geklautes Hertha-Banner der Rostocker wurden ausgehend aus dem Hertha-Block Rauchbomben und Pyrotechniken gezündet und Leuchtraketen aufs Feld geschossen. Der Schiedsrichter bat die Teams in die Katakomben als wären die Szenen nicht schon schlimm genug, wurden auch noch Leuchtraketen in den Fanblock der Rostocker-Supporter geschossen. Beängstigende Szenen erschrockene Hansa-Fans kurz vor dem Einschlag währenddessen zelebrieren sogenannte Hertha-Fans ihr eigenes Feuerwerk. Dabei hatte alles so schön angefangen. Die Rostocker-Anhänger zelebrierten zu Beginn ihr Ostseestadion. Einige Teile der Hertha-Anhänger hatten sich durch eine geklaute und von den Rostockern präsentierte Fahne wohl provoziert gefühlt. Kindergarten im Ostseestadion So präsentierten einige Chaoten die verbrannte Fahne vermummt Präsentierten sogenannte Rostock-Fans ihr Werk nur einen leeren Block trennten beide Anhängerschaften und somit war deutlich zu erkennen, was da brannte VfB Stuttgart vor Rostock Taifan Korkut gibt nichts auf die Statistik, dass der VfB alle Pokalspiele gegen Rostock bislang verloren hat, kümmert Stuttgarts Trainer Taifan Korkut nicht, das ist Vergangenheit. Fußball ist heute und morgen, sagte er vor der ersten Runde des DFB-Pokals. Dem Coach steht der komplette Kader zur Verfügung. Auch Weltmeister Benjamin Pavard könnte trotz seines Trainingsrückstands zum Einsatz kommen. Er ist ein Kandidat, so wie alle anderen auch. Er ist zwar nur knapp eine Woche bei der Mannschaft, aber macht einen sehr guten Eindruck, gab Korkut zu Protokoll. Die letzten 10 Sieger des DFB-Pokalsaison Gewinner Gegner Ergebnis 2017 18. Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3 12.016 17. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2 12.015 16. Bayern München Borussia Dortmund 4 zu 3 E 2014 15. VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3 12.013 14. Bayern München Borussia Dortmund 2 zu 0 N V 2012 13. Bayern München VfB Stuttgart 3 22.011 12. Borussia Dortmund Bayern München 5 22.010 11. Schalke 04 MSV Duisburg 5 02009 10 Bayern München Werder Bremen 4 02008 09 Werder Bremen Bayer Leverkusen 1 zu 0 Werbung Werbung 02009 019 019 020 021 020 08 020